Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Wunderschön, guten Morgen oder an meiner Stelle noch guten Abend. Es ist bald schon wieder 4 Uhr und ich bin schon wieder an der Daily. Freitag, der 17.08.2018. Ihr hört die Nummer 439 von der Geek Talk Daily. Heute mit den Themen Your Phone, Controller, Wear OS, WhatsApp Backup, Tweetbot 4, Xiaopeng und IFA 2018 Pläne. Zu allererst vor, ich glaube es war 2 Tage, 3 Tage her, habe ich euch in der Daily erzählt, dass Microsoft die Your Phone App rausgehauen hat. Und zwar, die gab es früher nur für die Insider, mittlerweile für alle. Mit der konnte man ja mit dem Android Phone der Wahl das Windows verbinden und dann Daten übertragen. Also Daten übertragen ist ein bisschen übertrieben. Es gingen ja nur Fotos und auch nur Abgespeckte und nur noch was Neues vorgestellt und das sind zwei Controller. Controller für die Xbox One sind das. Normalerweise passiert das mit neuen Spielen, dann in Kooperation, ähnliches Design oder gebrandetes Design wie das Spiel etc. Dem ist diesmal gar nicht so. Es gibt den Grau-Blau und den Phantom Grey Controller. Schauen beide schnittig aus. Ich würde mich jetzt für den Grau-Blauen entscheiden. Doch, ja. Ich würde ihn nehmen, wenn ich wählen müsste. Google hat bemerkt, dass ihre Wearable-Geschichten auf Wear OS nicht ganz so laufen, wie sie sollten. Und das liegt unter anderem daran, auch an den Apps, die es drin gibt. Es gibt zwar mittlerweile über 1000 Apps, die es für eben diese smarten Uhren, smarten Wearables gibt. Doch wenn die nichts taugen, dann bringt es auch 1000 an der Zahl nichts. Und somit hat Google jetzt etwas gemacht, was Apple schon lange macht. Böse. Aber könnte passieren. Das sage ich schon seit Jahren. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ob das die Qualität erhöhen wird. Auch gespannt bin ich auf die IFA, weil da gibt es ja das eine oder andere neue Modell aus dem Bereich von diversen Herstellern nach Couleur und was man so mag. Google und WhatsApp, besser gesagt Google und Facebook logischerweise, sind eine Kooperation eingegangen. Und zwar geht es darum, das Backup von WhatsApp auszuspielen. Das geht ja schon länger, dass man das auf Google auslagern kann, also in Google Drive. Und da hat es natürlich fleissig Gigabytes, Megabytes gesaugt. Je nachdem, wie viele Daten, Videos ihr da so drin habt, kommt da natürlich ein bisschen was zusammen. Wenn ihr das nicht mehr möchtet, in Zukunft hat eben dadurch, dass es eine Kooperation zwischen den beiden gibt, habt ihr die Möglichkeit, dass wenn ihr das Backup in Problemen drin ist oder eben auch nicht, daily.geektalk.ch zum Nachlesen für den Interesse. Gestern wieder mal ein Rückflug Richtung Twitter gemacht, eben weil das Update gekommen ist. Seit dem Mai wissen wir ja, dass Twitter fleissig an der API rumschraubt und Möglichkeiten den ganzen Clients entzieht, unter anderem eben auch Tweetbot. Und somit ist es jetzt auch. Wer die App nutzt und jetzt gewisse Dinge vermisst, schaut euch mal die Beschreibungen an vom Update. Da seht ihr, was alles wegfällt. Ist sicherlich nicht gattier. Das Startup Xiaoping, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ist ein chinesischer Hersteller von Elektroautos. An der CES diesen Jahres in Las Vegas haben sie das SUV, also ein erstes Gerät, schon mal gezeigt, Gerät, das erste Elektrofahrzeug, schon mal gezeigt. Und haben da rund 1,28 Milliarden Euro schon mal vorab eingesammelt. Alibaba ist da unter anderem mit investiert. Und die haben jetzt eine zweite Finanzierungsrunde durch und nochmals zusätzliche 514 Millionen Euro sich sichern können. Und damit möchte man, ja, den ganzen elektrischen Autos aus dem Europäer Bereich, weniger, aber vor allem Tesla in China, die Stirn bieten. Obwohl direkten Vergleich zum Model X kann man da nicht ziehen, weil das doch eine ganz andere Klasse ist. Wahrscheinlich dann eher zum Model Y von Tesla, was dann im Jahre 2019, 2020 kommen wird. Wir dürfen gespannt sein und ich bin mal, ja, mal schauen, ob der bessere oder schneller in den Fluss kommt und die Geräte produzieren kann, als die Stockungen, die man bei Tesla so hat miterleben dürfen. Bald schon, nämlich in ziemlich genau zwei Wochen, beginnt ja die IFA. In Berlin die internationale Funk-Ausstellung und wer da nicht dabei sein könnte, kann und dennoch ein bisschen informiert sein mag, der ist hier bei der Daily 7. Und wenn alles klappt, auch in unserem Bereich Geek Talk TV, also die Live-Geschichte auf Facebook und YouTube, ein bisschen ausprobieren, austesten, was genau wir da vorhaben. Und dazu habe ich euch auch in den Shownotes einen Beitrag auf dem Pogibse.ch-Blog verlinkt, wo wir ein bisschen darüber geschrieben haben, was wir so alles vorhaben oder auf was ihr euch gefasst machen könnt. Wenn ihr an der IFA seid, meldet euch doch, wenn ihr Lust habt, uns zu sehen. Könnte ja passieren, wie wir im Blog mitgelesen haben und über Social Media. Aber ja, das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit habe. Es ist schon der Freitag, heisst die Woche ist rum. Ab nächster Woche am Montag ist der Achim wieder für euch da. Und ja, ich darf mich dann noch ein bisschen auf die IFA vorbereiten, respektive ausruhen, bis es dann wieder losgeht für mich. In diesem Sinne, euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Geniesst ihn noch das Wetter und ja, bald schon ein ruhiges und erholsames Wochenende oder viel Action, Abenteuer, Adventure, was auch immer ihr so vorhabt. Bis dann, euer Pogibsi. Tschüss. Hört mehr Geektop.